ECHO, FICKER, Fick dich, ich hab ECHO, ich hab ECHO, ich hab ECHO, hallo, ich hab ECHO, ja mach mal ECHO, weil du's mehr auf, ich hab ECHO, was hast du? Halt die Fresse jetzt, der andere Typ ist noch da und der redet dann gleich, ich will nicht, dass du nichts zuhörst. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survive Games, oh sehr high, ich weiß nicht wie ich das sag, auf jeden Fall spielen wir heute Hide and Seek und zwar mal wieder zu einem Jubiläum, denn das wird mein 1000ster Win, ne 2000ster Win, wenn ich gewinne. Was? Ja, Hashtag behindert immer noch, ähm, ja, wir spielen hier wieder auf der wunderbaren Map Hotel und ich höre meine Stimme selber gerade gar nicht, dass es ein bisschen behindert und, naja, egal. Auf jeden Fall seken wir mit irgendeinem Typen, ich hab keine Ahnung, wie er heißt, er heißt Voodoo1907, mit dem spielen wir heute zusammen, ne Voodoo? Hast einen wunderschönen Tiger-Skin und Blue Banani ist auch irgendwie in der Runde, aber pfff, die verlieren 3 Millionen Wins und es geht schon los. Hä? Ich geh nach oben. Ich geh nach oben. Ich geh unten lang, okay? Okay. Ne, wir gehen beide oben längs. Komm her, du Huren, so ein Holzblock. Ah, Pam, zerberstet. Huhaha, ich bin so gut in dem Spiel. Muhaha, du kannst gar nichts und ich weiß genau, dass das hier ein richtiges Ende ist, das wusste ich. Da oben ist ein Redstone Block, der hier nicht hingehört. Stirb. So. Ich bin richtig gut in dem Spiel. Also, wie gesagt, falls man es nicht rausgehört hat, äh, das ist mein 2000er Win. Dann halt den Sieg. Das hast du jetzt schon zweimal gesagt, dann war ja. Ja, aber das eine Mal war behindert. Das ist jetzt zwar auch behindert, aber, äh, ständig behindert. Das wird dich nicht ändern. Ja, also, solange du ein Video bist nicht. Ja, danke. Hm. Nein, das war echt danke, danke. Ach, bitte. Warum? Ja. Kompliment, natürlich. Ja, ja. Da ist ein Schild, wo nichts draufsteht. Interessant. Übrigens, ähm, Hotel wurde verändert. Äh, was? So ein bisschen, falls ihr euch wundert. Hotel wurde verändert. Schon wieder. Irgendwie. Man kann jetzt auch in die Garage gehen. Ich wollte, ich wollte auf dem Schild was draufschreiben, aber dann wurde ich tippet. Ich wollte eigentlich irgendwas lustiges draufschreiben. Ja, weil Anna baut nämlich bei den Maps. Nein, ja, ich baue alle, ich bin, ich bin voll hier, äh, ich bin Owner auf Hype, ja. Und ich hab, ich hab, es nicht mehr gehört, Hype, falls ihr so noch nicht wusstet, und ja. Ja. Deswegen hab ich... Sarkasmus, falls ihr so noch nicht beihört. Echt? Nee, das war kein Sarkasmus. Ja, stimmt, du gehörst hier wirklich, du bist doch dieser Baxter, war doch so, ne? Ja, genau. Ja, hab ich doch gewusst. Ja, ich hab... Ja, ich hab... Ja, genau, das ist ja mein zweiter Count hier. Und hab ich mir die ganzen Wins gecheatet und alles, dass ich ja gut bin. Oh, weg. Ich hab die Hütte geglaubt, also jetzt echt noch so die Hütte von Kinder. So, ja, die hat jetzt alles gecheatet. Okay, äh, noch zwei Haider, das ist ja richtig... Ja, das schaffen wir. Richtig lange Runde hier. Ich glaub, wir machen zwei Runden, das wird hier wieder viel zu kurz, sehe ich schon. Nee, ja, nee. Oha, noch einer. Ich zeig euch jetzt einfach mal... Oh. Zeig euch jetzt einfach... Jetzt mich verarschen. Die Map. Was für eine jüdische Treppe, ich wurde einfach zweimal hochgebackt. Auf jeden Fall, man kann jetzt in die Garage reingehen. Das ist cool. Die ist richtig cool. Ja, die ist richtig swaggy Maggie. Ja, da gibt's so viele Versteck in der Garage nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht gemacht. Ich hab's nicht gemacht, das ist... Was hat deine Mutter gemacht? Wahrscheinlich. Ja, die hat ja auch. Ja, die spielt auch mal geklappt, hab ich gesehen. Ja, die ist zweiter. Ja, läuft bei ihr. Oh, mein Gott. So, äh, keine Ahnung, ich finde die letzten nicht, du bist hier der Profintier. Äh, ich warte eigentlich gerade... Ich stelle mich jetzt in die Ecke und warte, bis ich mal 2.000 Zoom und hab. Ein Beacon. Ein Beacon. Ein Beacon. Ein Beacon. Okay, den suchen wir jetzt. Äh, ist ein Beacon. Ein Beacon. Ein Beacon. Ein Beacon. Mir steht, das ist ein Leaf. Echt so cool. Die nächste ist auch ein Leaf. Lass Spaß auf den Frust. Okay, lass mal irgendeine Leafs suchen. Ah, egal. Oh, wir haben schon gewonnen. Und du hattest den Zweck jetzt mehr als ich bin richtig der Barbar. Ja, äh... Ja, ähm... Ja, ähm... Ja, ich sage jetzt mal nicht dazu. Nimm mir andere Aufnahme. Das war... So. Voll die gute Aufnahme. Eigentlich. Ander hat mal richtig viele Kills geschafft. Und... Wir spielen jetzt noch eine Runde. Und zwar gehen wir in... Map... Äh, wir gehen... Äh... Arena 2. Egal welcher Map gevotet wird. Ich mach jetzt die Augen zu, bis es losgeht. Egal welcher Map kommt, wir spielen sie. Oh nein, die sind richtig gay. Die sieht mir irgendwie nach Space aus. Oh mein Gott. Die sind aber richtig... Ich mach die Augen zu. Oh, sie sieht nach Space aus. Okay. 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 Ich glaub ich... Äh... Ich hatte einfach mal nicht, weil ich ein faules Stück Scheiße bin. Äh... Ne, doch. Du kattest. Nein, ich kattest. Ich glaube nicht. Doch. 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 Ich kattest. Doch. Boah. Lüge. Ich weiß gar nicht, ob ich aufnehme. Ich seh meine FPS nicht. Aber egal. YOLO. So, ich schreib jetzt einfach mal in den Chat. Ähm... 2000... Wins. Smiley. Und ich hab schon 346.000 Punkte. Oh mein Gott. Ich bin gut in dem Spiel. Ich hab's verstanden, wie's geht. Ja. Hast du das? Das ist voll nicht. Nice, Erik. Da kennt mich jemand. Und ich kenn ihn nicht. Aber... Egal. Hallo. Oh mein Gott, der Behinderte ist gejoint. Der Typ. Dieser, äh... Yes. MC oder so. Der ist behindert. Wo ist er da? Er ist behindert. Lass mal stecken gehen, okay? Okay. Auf Space? Bist du... Ach egal. Ja, das ist nicht schwer. Ja, nicht so schwer wie... Äh... 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 Deine... Autos... Irgendwie so... Keine Ahnung. Ich höre noch nicht, wie du weißt. Mh... Blupinani. Vergriff, please. Was hast du ihm angetan? Hast du ihn behindert gemacht? Oh mein Gott. Ja, du wirst das nächste Opfer sein, mein lieber Freund. Ich will nicht behindert werden. Ach, das bist du schon lange. Äh... Noch einmal reden mit mir, bist du schon... Bist du schon abhängig von der Behinderung. Ich kann mich hier am behindert sein, hier. Ach, ich bin Eisenblock. Töte mich! Richtiger Hunter hier. Guck mal, was ist ein Müllf... Hunter. Weißt du was... Ich geh rechts ran, du gehst links ran... Ne, ich bin rechts... Ne, ich bin rechts... Ja, dann geh... Ja, du gehst rechts... Du gehst rechts... Rechts... Deutsch... Links... Kartoffel... Das ist so ein Typ... So ein Typ... Oh, hallo... Da geh ich links ran... Okay... Ich schwöre dir, dass das hier... Äh, ich schwöre dir, dass das hier... Ein... Nicht echter war... Das war ein Heiler... Ich hab schon... Wie viel hast du... Ich hab nur... Weil ich... Scheiße... Ich hab nur... Ne... Oh mein Gott... Öh... Ein... Ofen... Töte den Ofen... Oh mein Gott... Ich hab die Behinderung getötet... Ja... Ich bin richtig... Ich hab's... So... Hashtag... Äh... Läuft bei dir? Keine Ahnung... Ich muss... Äh... Du überlegst dir schon mal ein Hashtag, ne? Ich bin zu faul dafür, deswegen müsste ich sie gestern mal machen... Haha... Aha... Ähm... Ja, ich überleg mir den mal... Bis zum Ende... Das soll nichts... Äh... Rassistisches sein... Oder Sexistisches... Oder... Hässliches... Das soll ein hübsches Wort sein... Zum Beispiel so wie Pfirsich... Oder so... Oder Amundiak... Weil Amundiak voll schönes... Nee... Hallo... Hi... Läuft... Ich keine Lust zu suchen... Finde die anderen Leute... Ich bin auch... Wenn ich wirklich in... In Stimmung... Haha... Was ich in Stimmung... Oh... Oh... Äh... Was leben gar nicht mehr so viele... Sechs Stück... Fünf... Okay... Das ist schaffbar... Ich hab einfach jetzt mal auf dem Dach rum... So... Nach Leuten... Vier... Und die Reisen schon... Ja... 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 Na... Drei Leute nur noch... Ja... Ich töte ja die ganze Welche... Zwei nur noch... Oh mein Gott... Ich bin richtig gut... Das ist Ende... Pam... Jetzt woanders... Ich weiß nicht wo... Da unten... Und ich hab's... Und da ist es wieder... Und das ist jetzt... Ich glaub hier unten, oder? Ach da... Pam... Voll witzig... Ich bin aber so behindert... Äh... Ja... Ja... Es hat doch... Es ist schon zu spät... Ja... Es ist zu spät... Was soll ich jetzt machen? Ich hab nicht früh genug... Vor Behinderung verhütet... Jetzt bin ich behindert geworden... Deshalb wählt die NPD... Damit sowas... Euren Kindern nicht passiert... Nein Spaß... Ich kann auch nicht viel dran machen... Wähle lieber was ihr wollt... Was würdest du wählen, wenn du wählen gehen könntest? Oder... Ey, ich kenn mich doch nicht außer den deutschen Parteien, ne... Ach stimmt, du bist ja irgendwie so ein Kafland... Ah ja... Bist du nicht irgendwie Albanien oder so? Ja, Albanien... Wusste ich... Hast du eigentlich eine Aufenthaltsgenehmigung, oder bist du illegal hier? Nee, ich bin illegal hier... Findest du aber klar... Ja... Ob wir den eh mit ihm sagen... Ja... Nö... Keine Sorge... Du könntest mir mal helfen, zwei Obsidian-Blöcke zu finden... Ja, ich bin auch schon die ganze Zeit am Rand längs... Die sind so schwarz... Die sind so schwarz... Die findest du einfach nicht wie der... Wie ein Neger in einem... Nein, das war die jetzt nicht... Sag nicht rassistisch... Wir wie ein... Ja, okay... Gut gemacht... Ja, ich weiß nicht, bin toll... Ich bin ein bisschen zu faulen zu suchen... Ich bin nicht zu faulen, ich bin einfach zu behindert... Ich finde sie nicht... Vielleicht sind die bei Obsidian noch kaufen... Obsidian verkaufen... Interessant... Da war einer... Einer lebt nur noch... Komplett finden wir auch noch... Ich hab richtig viele in der Runde gerissen... Ich hab bestimmt schon ein Kill gemacht... Ja, dann könnt mal den zweiten Kill... Das ist ja kein lustig... Da-da... 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 Okay, dann lass mal... Ich hab das sogar... Ich hab mal im Haus... Also in dieser Kuppel... Ich hab mal eine Kuppel... Amin... Ich bin der Barbar... Oh mein Gott, zwei Kills... Ich will gar nicht angeben, aber... Ich hab sechs Kills... Das ist wieder eine richtige Pro-Runde hier... Die magische Zahl hier... Ja, die magische Zahl... Sechs... Also sechs... Im Sinne von sechs... So, ähm... Ja, warum... Hab ich das jetzt aufgenommen? Zweitens wird sich... Zweitens wird sich... Zweitens wird sich... Zweitens wird sich... Und ich bin voll der Barbar... Und du musst jetzt irgendwas schreiben... Was sie in die Kommentare... Äh... Du musst dir was sagen... Was sie in die Kommentare schreiben sollen... Hashtag... Was soll sie schreiben... Hashtag... Nein... 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 Das ist nicht gut... Am Hashtag... Weiß es nicht... Ich hab's halt überlegen... Ja, überleg schneller... Ich weiß so viel... Erich stinkt nach... DSE... Erich stinkt nach Pfirsich... Ist das ein bisschen lang? Ja... Nein... Ist mir egal... Wir müssen jetzt schreiben... Einfach in die Kommentare... Wenn ihr bis hin geguckt habt... Hashtag... Erich stinkt... Nach Pfirsich... Ähm... Würde die richtig freuen... Schreibe ich das natürlich wieder in die Beschreibung... Und genauso wie Ben Dennis Kanal... Alles in der Beschreibung und so... Och ne... Ja... 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 Wobei... Ob ich dich in die Beschreibung... Ich mache lieber irgendeine Website... Die... Wo man Pfirsiche kaufen kann oder so... Pfirsiche sind toll... Ich hab da noch nicht so drüber nachgedacht... Aber die schmecken echt gut... Und riechen gut... Fällt mir jetzt so auf... So... Irgendwie... Oder... Nicht... Hallo... Fittball... Okay... Ähm... Ja... Das war Leck wieder bei mir... Und das ist glaube ich... Dafür, dass ich das Video werden sollte... Weil es einfach... Zu behindert ist... Ich hab halt... Ich hab halt... Äh... Bekauft euch... Fleißig... Pfirsiche... Tschüss... Du stinkst... Sag tschüss... Du stinkst... Sag tschüss... Du stinkst... Meine Mutter... Sag tschüss... Och tschüss doch jetzt... Endlich... Ciao... Das sollte man auch hin aufzunehmen... Das wird langsam... Oh, das ist jetzt aufgenommen... Ja, ich nehme die ganze Zeit noch auf... Nee... 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 Oder... Ich bringe ja die ganze Zeit noch auf... Ich bringe ja die ganze Zeit... 15 Minuten schaffen wir noch... Ich wette, du packst das Ende... Jetzt... Das, was ich jetzt rede... Auf nach dem Video... So... Am Ende... Ja klar, das bleibt alles drin... Und das mit dem... Welche Komfortsintro... Und ich weiß gar nicht... Warum ich immer noch aufnehmen... Also Leute, haut rein... Haut rein... Ich muss mir jetzt mal... Haut rein... Haut rein... Ich muss mir mal ein Outrüberlegen... Please light, comment, add subscribe for more... And I wish you win the next one... Weil mein Englisch so gut ist... Okay, warte... Ich muss irgendwas deutsches finden... Äh... Sikai... Nein... Äh... Ich schlaf gut und träum süß... Von... Tschüss... Wie geil das ist... Es ist einfach so... Das ist behindert der Ende... Ich höre einfach nicht auf aufzunehmen... Tschüss... Sag jetzt nicht, du nimmst das immer noch auf... Haha... Wenn du das hochlebt... Weh... Ich hau dir in die Fris... Ich weiß einfach nicht, ob ich's machen soll... Egal... Tschüss... Mach das... Ich will das dir, wenn du das machst... Sag doch einfach... Mit der Einweist... Tschüss... Shall we go? Untertitelung. BR 2018